Von Wörtermalerin, die Liebe zu ihr. Äh, soll ich das vorlesen? Hier, hey ihr Lieben, bevor der One-Shot beginnt, ist es sicherlich noch wichtig anzumerken, dass Snape in diesem One-Shot die Schlacht von Hogwarts überlebt hat. Ich selbst bin kein großer Fan davon, wenn Fan-Fictions einen bereits verstorbenen Charakter wieder aufleben lassen, doch es mir die Ideensuche nach einer Storyline von den Kontext... von den Kontext, ah, okay, ohnehin schon so schwer gefallen, dass ich davon mal abgesehen habe. Für mich war dieses Shipping in jedem Fall das schwerste, was zweifelsohne daran liegt, dass ich Snape schlicht und einfach nicht ausstehen konnte. Ich liebe dich, ich liebe dich, high five mich, high five mich, I love you. Doch ich will nicht weiter um den heißen Brei herumreden, viel Spaß beim Lesen, ich freue mich über Feedback. Also wirklich eins zu eins, was du da liest, ist einfach du. Du bist doch irgendwie kein Jules, du schreibst doch nicht gerade unter dem Tisch. High five. Severus und Harry Helles Vollmondlicht floss durch den Spalt zwischen den scharlachroten Samtvorhängen im Schlafsaal der Gryffindor-Jungen. Müde blinzelte Harry Potter in den hellen Lichtschein. Seine Lieder wogen tonnenschwer, doch Schlaf hatte er in dieser Nacht noch keinem finden können. Immer wieder hatte er sich hin und her gewälzt, von der einen auf die andere Seite, doch die erlösende Ruhe blieb aus. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, waren da diese Bilder. Bilder, die ihm einen kalten Schauer über den Rücken jahrten. Bilder wie Sirius' Black Körper, der langsam hinter jenem nebligen Vorhang verschwand. Bilder wie rote und grüne Blitze, bewusstlose Körper, die zu Boden fielen. Bilder wie Remus, Tongs, Fred und so viele weitere Leichen, die mit leeren, glanzlosen Blicken an der Decke der großen Halle starrten. Es waren Bilder jedes einzelnen Gefechts, jedes Kampfes der letzten Jahre. Jeden vergossenen Blutes und jeden toten Körpers, die Harry am ganzen Körper Gänsehaut bereiteten. Der Sieg über Voldemort und seine Gefolgschaft hatte dem Auserwählten viel abverlangt. Es kostete ihn einiges an Zeit, mit dem, was vor knapp einem Jahr geschehen war, klarzukommen. Zeit, aber vor allem Schlaf. Gernend rieb sich der Gryffindor die Augen und seufzte. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es bereits lange nach Mitternacht war. Na toll. Die Arbeit in Zaubertränke am nächsten Morgen würde er wohl in die Tonne treten können. Zähne knirschend und nicht ahnend, was genau er eigentlich nun vorhatte, schlüpfte er in seine Schuhe und zog sich seinen Wollpullover über den Kopf, den er letztes Jahr zu Weihnachten von Mrs. Weasley bekommen hatte. Die wilden Beschimpfungen der fetten Dame, was das denn solle um diese Uhrzeit, gefließendlich ignorieren, schlüpfte er aus dem Porträtloch. Die Flure und Treppen waren wie ausgestorben. Leises Schnarchen ging von den Gemälden an den Wänden aus und die Treppen knarrten, als er diese Stufe für Stufe hinaufstieg. Harry genoss es wieder in Hogwarts zu sein. An den Aufbauarbeiten des Schlosses hatte er sich nur wenig beteiligt. Nach der Schlacht hatte der junge Mann zunächst seine Auszeit gebraucht und hatte zusammen mit Ginny eine Reise nach Südamerika gemacht, wo er viel Zeit gehabt hatte, das Geschehen auszublenden und zu vergessen. Umso überraschter war er gewesen, als bereits bei seiner Rückkehr im August die Zauberschule für Hexerei und Zauberei wieder in neuem Glanz erstrahlte. Hermine hatte ihn nicht zweimal bitten müssen, er würde die Schule auf Hogwarts beenden. Aus diesem Grund hatte er vor knapp einem halben Jahr sein siebtes und somit letztes Schuljahr angetreten und er war froh über diese Entscheidung. Mit einem Hauch Wehmut sog er hörbar die Luft ein und roch den vertrauten Geruch des alten Gebäudes. Ohne eigentlich genau gewusst zu haben, wohin seine Beine ihn trugen, stand er plötzlich am Fuße des Astronomie-Turmes. Stufe für Stufe stieg Harry die enge Wendeltreppe hinauf und strich mit der Hand über die Holzornamente des Treppengeländers. Es war bereits nahezu zwei Jahre her, dass er zuletzt hier gewesen war. Es war in der Nacht gewesen, als eine Welt für ihn zusammengebrochen war. Dumbledore, einer der einzigen Menschen, in dem er je so etwas wie einen Vater gesehen hatte, war in dieser Nacht ermordet worden. Harry erinnerte sich nicht noch gut daran, wie er mucksmäuschenstill neben dem Schulleiter verharrte und zugesehen hatte, wie sich immer mehr Todesser zu dem jungen Malfoy gesellten. Ohne einen Laut von sich zu geben, hatte dort gestanden und still geschrien, als Dumbledores Augen zunächst glasig wurden und dieser dann schließlich über die Brüstung in die Tiefe fiel. An der oberen Plattform angekommen, genehmigte er sich kurz einer Verschnaufpause, bevor er zu eben jener Brüstung schritt und mit dem Finger über den rauen Stein fuhr. Harry erinnerte sich, als sei es gestern gewesen und doch hatte sich seine Sichtweise auf die damalige Szenerie ein Stück weit verändert. In jener lauernd Juninacht am Ende seines sechsten Schuljahres hatte er reinen Hass verspürt, als er Dumbledore hatte Fallen sehen. Trauer, Angst und unstillbare Wut hatten sich in diesem Augenblick zu blanken Hass aufgebäumt. Kommt doch mal was, wenn du redest, oder? Also, ich schaue dann gefragt, ob ich nur zum Deko hier bin. Der Gryffindor biss sich auf die Lippe, als er nun zurückdachte, wie er sich auf Dumbledores Mörder hatte stürzen wollen. Jetzt, viele Monate später, schämte er sich dafür, diesen so vorschnell verurteilt zu haben. Er hatte seinen Augen getraut und nicht seinem Herzen. Der junge Mann war so in seinen Gedanken vertieft, dass er die Gestalt, die nur wenige Meter von ihm entfernt in die Ferne startete, zunächst gar nicht registrierte. Erst als er, noch immer über jene Juninacht grübelnd, das Gelände des Turmes ein Stück weit entlanggeschritten war, bemerkte er den wehenden Umhang, der sich schwarz wie Nacht im Wind aufbäumte. In Gedanken noch immer bei Dumbledores Mörder riss er überrascht die Augen auf, als dieser je vor ihm stand. Harry schluckte hart, als er in der Dunkelheit in das markante Profil von Severus Snape starrte. Dieser blickte reglos in die Ferne, die Augen auf ein unerkennbares Ziel irgendwo in den Ländereien gerichtet. Die Haut des Tränkemeisters war von einem blassen Kalkweiß und schien im hellen Licht des Mondes zu leuchten, während sein Mund zu einem schmalliebigen, kühlen Strich verzogen war. Sein dichtes, schwarzes Haar hing in fettigen Strähnen herunter und wurde stellenweise bereits grau, ein klares Zeichen seines voranschreitenden Alters. Grad wollte Harry zu einer Erklärung über seines nächtlichen Herumstreuen ansetzen, doch Snape kam ihm zuvor. Ähm, mach ich den jetzt mit einem rollenden R? Sparen Sie sich Ihre heuchlerischen Ausreden, Mr. Potter. Es interessiert mich nicht einmal im Geringsten, warum Sie sich zu später Stunde außerhalb Ihres Bettes befinden, schnarrte er und Harry riss überrascht die Augen auf. Ist das ernst, Professor? Kein Punktabzug? Der Lehrer schnaubte und Harry stellte grinsend fest, dass er nicht geglaubt hätte, dass Snape zu etwas emotional behaftetem wie einem Schnauben imstande wäre. Doch die Freude wehrte nicht lange. Harrys Grinsen erlosch als sein Gegenüber ein knappes, Das habe ich nicht behauptet, erwiderte. Schweigend standen sie eine Weile nebeneinander. Keiner sagte ein Wort. Beide starrten sie hinauf zum nachtschwarzen Firmament. Sterne wie glitzernder Diamanten funkelten am Himmelszelt, das sich wie ein dunkles Tuch über die Ländereien Hogwarts spannte. Diese erstreckten sich vor dem ungleichen Paar wie ein dunkelgrün getünchtes Meer. Hügel und Felsen raken wie mannshohe Wellen auf der gräsernen Oberfläche und wenn man ganz genau hinhörte, konnte man vom fernen Ufer des schwarzen Sees ein leises Plätschern hören. Ganz im Gegenteil zu der dortigen Idylle herrschte in Harry reines Chaos. Als die Fragen, die Szenen und Bilder, die er seit Monaten aus seinem Kopf zu verbannen versuchte, waren beim Anblick seines Zaubertranklehrers auf ihn eingestürmt. Sie hatten noch keine Zeit gehabt, über das Vergangene zu sprechen. Noch am Morgen der Schlacht war Snape wochenlang und ohne jede Spur verschwunden. Professor McGonagall hatte die Leitung der Schule übernommen und Slughorn hatte sein Amt als Lehrer für Zaubertränke beibehalten, weshalb es keinen Anlass gegeben hatte, ihn in irgendeiner Weise zu kontaktieren. Erst vor wenigen Wochen war Snape noch nach Hogwarts zurückgekehrt, wenn auch nicht als Lehrkraft. So bot sich für Harry schlicht und einfach kein Anlass, den Tränkemeister auf dessen Handeln anzusprechen. Innerlich, die Hände ringend, suchte er nach den richtigen Worten und platzte dann heraus. Sie haben sehrlich geliebt, nicht wahr? Meine Mutter meine ich. Snape blinzelte, sagte jedoch nichts. Also murmelte Harry diesmal seine Worte bedächter gewählt. Ich habe lange darüber nachgedacht, was sie mir in ihrer Erinnerung gezeigt haben. Sein Gegenüber schnaubte abermals verächtlich, doch der Gryffindor ließ sich nicht beirren. Ich habe sie zu Unrecht als etwas verurteilt. Was sie nicht sind, Professor. Und das tut mir aufrichtig leid. Ich bitte sie, mir zu verzeihen. Snape hob eine Augenbraue, schwieg jedoch noch immer. Was ich sagen will ist, dass ich versuchen möchte zu verstehen, warum sie in bestimmten Situationen so gehandelt haben, wie sie es taten. Als sein Lehrer immer noch nichts erwiderte, wurde Harry ungeduldig. Geben Sie mir eine Chance, ihr Verhalten nachzuvollziehen zu können, erklärte er beharrlich und schob dann ein leises Bitte hinterher. Der ehemalige Zaubertranklehrer hatte den Blick noch immer in die Ferne gerichtet, als er eine Spur spöttisch fragte Und warum genau, Mr. Potter, sollte ich das tun? Ungläubig lachte Harry auf und erklärte dann energischer und unwirscher als beabsichtigt Vielleicht, weil Sie mir eine Erklärung schuldig sind? Ich bin nicht derjenige von uns beiden, der den anderen jahrelang grundlos tyrannisiert hat. Bei allem Respekt, Professor. Ich glaube nicht, dass die Liebe zu meiner Mutter die Antwort auf alles ist. Snape's Stimme war messerscharf, als er sich zu Harry wandte und ihm zum ersten Mal seit Monaten in die Augen sah. Erzählen Sie mir nichts von Liebe, Potter. Ich glaube nicht, dass Sie auch nur im Annäher nachempfinden können, wie es mir all die Jahre erging. Seine erstechenden, dunklen Augen loderten vor Wut und nervös wich Harry einen Schritt nach hinten, wie um dem flammenden Wut ins Names Blick zu entkommen. Dieser jedoch hatte sich gerade erst in Rage geredet. Sie können sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn einem das widerfährt, was ich erlebe. Nicht mal im Traum werden Sie sich ausmalen können, wie es ist, jemanden so bedingungslos und erzhaft zu lieben, wie ich es tat. Liebe, Potter, Liebe ist die Antwort auf alles. Mit diesen Worten trat Snape so dicht an Harry heran, dass dieser den Hass und die Wut, die in Snapes Körper loderte und sein Blut zum Kochen brachte, und dem sein Blut zum Kochen brachte, förmlich riechen konnte. Doch der Tränkemeister sprach weiter. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die ich bereue, Potter. Dinge, die ich gerne anders gemacht hätte und jetzt nicht mehr rückgängig machen kann. In meinem ganzen Leben habe ich so viele große Fehler gemacht, dass ich sie noch nicht mal mehr an zwei Händen abzählen kann. Doch mein Größter war die Liebe zu Lily. Harry schwieg und dachte über das Gesagte nach. Dem Blick auf das gräserne Meer am Fuß der Schlossmauern gerichtet, grübelte er über das, was Snape gerade erklärt hatte. Abermals höhnten die beiden sich in Schweigen, doch dann räusperte sich der Professor. Seine Stimme war verändert. Sie hatte nichts Wütendes mehr, nichts Gemeines. Der schneidende Unterton war verschwunden und einem Meer aus Trauer und Reue gewichen. Denn hätte Harry nicht gewusst, dass es Snape war, der sprach, hätte er es nicht geglaubt. Der Ton dieser Stimme hatte nichts mehr mit dem Gemein, dem Harry von seinem ehemaligen Lehrer kannte. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal jemand gesagt hat, aber Sie sehen Ihrem Vater unsagbar ähnlich. Nur Ihre Augen, die habe ich von meiner Mutter. Vollendete Harry den Satz, den er schon so oft gesagt bekommen hatte. Für einen Moment glaubte er ein Lächeln über Snapes Gesicht tuschen zu sehen, doch es war zu schnell wieder verschwunden, um erkennbar zu sein. Ihre Lippen, hatte ich sagen wollen, murmelte Snape und Harry meinte dessen Wange in der Dunkelheit eine Spur rosa anlaufen zu sehen. Denkst du, was ich denke? Der Gryffindor blinzelte erstaunt, hob instinktiv die Hand zu seinem Mund und fuhr unbewusst mit den Daumen über seine Unterlippe. Ohne näher darüber nachzudenken, sondern vielmehr einer plötzlichen Eingebung folgend, trat er näher an den Professor heran. So nah, dass sich ihre Hüfte fast berührten? Okay. Und Harry abermals in Snapes tiefschwarzen Augen blicken konnte, die nur Zentimeter voneinander entfernt waren. Intuitiv fiel Harrys Blick auf Snapes Lippen und für den winzigen Bruchteil einer Sekunde fragte er sich, wie es wohl wäre, eben jene zu küssen. Haben Sie jemals geküsst? Lillys Lippen, meine ich. Doch Snape hörte gar nicht mehr hin. Wie gebannt starrte er auf Harrys Mund und wisperte ein leises Merlin, vergib mir. Bevor er das tat, nachdem er sich seit jeher sehnte. Lillys Lippen auf seinen. Forsch, ohne jede Spur von Zärtlichkeit, presste er seinen Mund auf den von Lily, sah, wie ihre grünen Augen ihn anblickten und sich dann schlossen. Harry, der wusste, wie viel Snape dieser Moment bedeutete, ließ es geschehen und gab sich dem Kuss hin, ganz egal, wie mies er sich danach fühlen würde. Snape hatte das hier verdient. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die Männer voneinander lösten. Harry wagte es nicht, vom Professor in die Augen zu sehen, hatte diese doch bekommen, was er wollte. Um halb sieben nach dem Abend ist in meinem Büro, Potter. Ich werde all Ihre Fragen beantworten, sagte Snape knapp und war im Begriff zu gehen, doch Harry hielt ihn am Handgelenk fest. Professor, ich finde nicht, dass Liebe etwas Bedauernswertes ist. Es rächt nicht Ihre. Liebe ist ein... Bereuenswert. Nicht Bedauernswertes, egal. So etwas, das Gleiche. Bereuenswert. Professor, ich finde nicht, dass Liebe etwas Bereuenswertes ist. Es rächt nicht Ihre. Liebe ist ein Geist, den Sie nicht kontrollieren können. Bereuen Sie nichts, wofür Sie nichts können. Und dann lächelte Severus Snape. Aber technisch wieder sehr schön geschrieben. Aber weißt du was? Ich habe richtig Bock auf jetzt eine Harry und Snape Fanfiction. Weißt du noch, dass ich die Harry, die Snape und Hermine ja quasi genau darauf hinauslaufen lasse. Und jetzt habe ich voll Bock, dass Snape Harry ausnutzt wegen den Augen und den Lippen. Also Lippen ist natürlich jetzt erfunden, aber wegen Harrys Augen und Lippen. Und dass er ihn deswegen nur ausnutzt. Das wäre eine richtig geile, kurze Fanfiction, die ich dann nutzen könnte. Auch so nach dem Motto eben, lass dich nicht ausnutzen für deinen Körper, nur auf schwuler Ebene. Nicht auf Hermine und Snape Ebene. Ich bin. Du bist.